Hallo! Wie geht's? Es geht mir gut, danke. Und dir? Sehr gut, danke. Wie heißt du? Ich heiße Maya. Und wie alt bist du, Maya? Ich bin neun Jahre alt. Okay. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Wie heißt dein Bruder? Mein Bruder heißt Serge. Okay. Hast du Hobbys? Ja, ich habe Hobbys. Welche sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Schwimmen, Tanzen und Klavier spielen. Okay, sehr gut. Sag mir bitte, wie heißt unsere Geschichte von heute, Maya? Unsere Geschichte heißt Der kleine Pianist von Griechko Tai. Kannst du bitte schon die Geschichte erzählen? Ja. Es war einmal ein kleiner Junge namens Azul. Er spielt sehr gern Klavier und träumte davon, eines Tages Pianist zu werden. Er vergaß ab und zu seine Zähne zu putzen, aber er vergaß niemals Klavier zu spielen. Eines Tages sagte seine Klavierlehrerin Vicky zu ihm, Azul, morgen spielst du vor einem großen Publikum. Du bist schon ein richtiger Pianist. Seine Finger laufen wie ein Einhörchen über die Taten. Aber was denn noch? Was denn? Azul musste er einfach pissen. Vicky lächelte. Sie flüsterte ein Klavierlehrer Geheimnis in Azuls Ohr. Spiel mit dem Herzen, nicht mit den Fingern. Und sie klebten einen wunderschönen Schmetterlingsaufkleber an Azuls Hand. Hier, denk immer an diesen Schmetterling, wenn du mit deinem Herzen spielen willst. An diesem Tag, Azul, denken an den Schmetterling. Am Abend vor seinem Auftritt, Azul übte er nicht. Morgen, der Aufkleber war auch noch weg. Oh nein, Azul war richtig aufgeregt. Doch die Uhr tickte unbarmherzig. Bald war es Zeit für den Auftritt. Azul trat die Bühne, setzte sie auf der Klavierbank und schloss für einen Moment die Augen. An der Stille des Saales, Azul hörte das Flattern kleiner Pflügel und einen wunderschönen Schmetterling setzte auf Azuls Schultern. Sie zumte eine Melodie und Azuls Herz spielte das Schmetterlingslinie. Okay, Maya, sehr gut. Bravo, ich gratuliere dir. Tschüss. Tschüss.